Dann schauen wir uns das Auge mal genauer an. Was kann man denn hier machen? Die Augen haben etwas echt Unheimliches. Ja, dann kann man das, ja, dachte ich mir, dass man den Stuhl ein bisschen rüberschieben kann, um dann mal genauer zu gucken. Draufklettern bitte. So, kann man jetzt mehr machen? Warum kommt mir das Gesicht so seltsam vor? Das war wohl nicht genau genug. Näher ran. So, Auge. Die Augen haben etwas echt Unheimliches. Wie das ist alles? Du musst also irgendwas da reinstecken. Vermute ich. Gucken wir mal, ob wir was haben, was spitz wäre. Nee. Verstehe ich nicht. Können wir das noch näher ran gucken? Die Augen haben etwas echt Unheimliches. Ja, aber... Oh, Mann. Oh, so geht's. Okay. Was zum Geier ist das denn? Das ist bizarr. Halb Mensch, halb Kral. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten könnte. Und ich auch nicht. Das war auch so echt nicht zu erkennen. Ja, doch. Dass da so ein Mensch liegt. Das schon. Na gut. Äh, dann wieder herunter. Äh. Dann wieder herunter. Was zum... So. Okay. Dann schauen wir uns die Dinger mal an. Das war ja das nächste, was hier auffällig war. Der Mann hat einen interessanten Kunstgeschmack. Hm. Okay. Mehr kann man ja nicht machen. Man könnte sie drehen. Aber warum soll man sie drehen? Die Kamera mal wieder. Was haben wir hier noch? Irgendwas muss doch hier noch... Was zum... Was ist das? Ist das jetzt eine Alarmanlage oder so? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Mann, dieses Zimmer ist verwandt. Ich frage mich, ob das etwas Böses ist. Wow. Äh. Wieso soll das was Böses sein? Wieso soll das was Böses sein? Das verstehe ich nicht. Jetzt macht es wahrscheinlich Sinn, sie zu drehen. Man kann denken. Diese Lichter scheinen einfach in das Zimmer hinaus. Man könnte meinen, dass da eine Art Muster sein sollte. Ja gut. Jetzt müssen wir irgendwas malen. Aber in drei Teufels Namen was denn? Ich fange mal... Wie bei solchen Rätseln üblich an. Einfach... Alle einmal zu drehen und zu gucken, ob dann... Irgendwas Geometrisches erscheint, was man erkennen könnte. Auch wenn ich es zu bezweifeln wage. Obwohl... Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Ich mach mal so weiter. Es könnte so ein... So ein ähnliches wie ein Pentagramm rauskommen. Wenn ich jetzt den noch... Dann sind wir schon fast... Ja. Und es sieht nach etwas Bösem aus. Würde ja auch in die Richtung gehen. Weil alle nach rechts ist echt nicht so schwer. Das wird zu leicht. Ja, ich sag ja. Das wird zu leicht. Wobei es noch nicht ganz richtig ist. Du musst auch noch nach rechts. Dann hätten wir ein perfektes Pentagramm. Ui. Das war tatsächlich die Lösung. Oh mein Gott. Hm. Da freu ich mich aber. Ich hab... Das ist... Großartig. Ja, das ist großartig. Ja, wir haben ein Pentagramm gezeichnet. Und gehen jetzt eine... Durch eine Luke im Boden in den Keller unter ein Pentagramm. Spaßig. Und hier... Der Knill schaut uns dabei grinsend zu. Wie es scheint. Ich werde Gabriel anschreien, weil er dumme Risiken eingegangen ist. Ja. Und was machst du gerade hier? Oh je. Ich geh erstmal hier... Mit Kamera weiter. Was ist das hier? Sie ist abgeschlossen. Das auch noch. Sie ist abgeschlossen. Das auch noch. Sie ist abgeschlossen. Ja, Himmel. Wir sind alle Türen abgeschlossen. Schauen wir mal, ob wir irgendeine Tür finden, die... Was ist das? Von da kommt das rein. Gucken wir erstmal, ob ich hier noch woanders was... Weinfässer. Ganz viele Weinfässer. Jetzt stehen mir tatsächlich die Haare ein wenig zu Berge. Okay. Ich denke mal, dass wir tatsächlich hier lang müssen. Hören. Das Weinen kommt von hinter dieser Tür. Okay. Atmen wir einmal tief durch. Und dann... Wollen wir mal. Oh, großartig. Das ist nur eine Traubenpresse. Oh, Mademoiselle. Oh, Mademoiselle. Duss, Mademoiselle. Si jeune, si jolie, si appetissante. Lassen Sie los. Ich verstehe nicht, was Sie sagen. Lassen Sie los. Pommes bleu, Mademoiselle. Pommes bleu. Lassen Sie los. Pommes bleu. Ich verstehe nicht, was Sie sagen. Lassen Sie los. Blauer Apfel. Pommes bleu. Aimeriez-vous des Pommes bleu? Aufhören. Pommes bleu. Ou prefereriez-vous uniquement du jus? Ein jus tout bleu. Ein jus sucré. Ein jus de raisin. Pressez, un coup de poing. Was war das denn für eine Hexe? Ach, Quatsch. Unheimlich ist eine kleine Untertreibung. Ich habe mich schon gefragt, wo du hin bist. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Ach ja? Was denn? Nichts. Ich meine, es war nur eine Traubenpresse. Du solltest nicht auf eigene Faust ermitteln, Grace. Vor allen Dingen nicht, wenn Gabe oder ich dich begleiten können. Du warst beschäftigt. Was? Du meinst mit Maddie? Nein, ich habe nur... Das sind ja unsere zwei verirrten Schäfchen. Und wie nett sie sich unterhalten, wie die Dürtel-Däubchen. Madeleine, ich habe gerade zu Grace gesagt. Vergessen Sie es. Sie sind beide erwachsen. Aber wir gehen jetzt weiter. Vielen Dank, Maus. Ich habe doch gar nichts gemacht. Nicht wahr? Dr. Wehn. Haben Sie Dr. Wehns Buch über Renlisch-Atom gelesen? Das Standardwerk schlechthin. Dr. Wehn schreibt, dass zwischen dem Berg und dem Teufel in der Kirche eine Verbindung besteht. Ohne Versuchung. Ja. Ich habe von der Theorie gehört. Aber ein Interessantere bringt den Ausdruck mit den Gemälden in Zusammenhang. Oh. Das sind die beiden Männer von Prinz James. Oder das waren die beiden Männer von Prinz James. viel passiert jetzt hier sehr viel passiert also wir fassen mal kurz zusammen wir sind durch das Chateau nach unten haben komische Kutten gefunden auf dem Speicher haben darunter eine Bibliothek gefunden mit einem seltsamen Gemälde mit einem Augenmerk auf einer komischen Zeichnung oder Symbol also ein Mann und ein Kelch in einem haben ein Pentagramm mit Licht geformt sind in den Keller und haben rausgefunden dass das Schreien von der Traubenpresse kam an dem eine verrückte Alte stand verrückt passt glaube ich am besten zu dem Gekreich was die da veranstaltet hat also meine Herren und jetzt auch noch der Fund der Toten die zwei Männer von Prinz James liegen tot auf einem Stein man sieht es hier auch wunderbar schöner als mir lieb wäre die Kehlen sind offensichtlich aufgeschlitzt was mir jetzt schon auffällt ist dass hier keinerlei Blut ist das passt jetzt eher weniger ähm naja Tag 2 14 bis 17 Uhr was ist das die Männer von Prinz James wir haben ihre Leichen gefunden wo am Teufelstuhl die Reisegruppe hat die Toten gefunden ja was Verdächtiges an den Reaktionen der Leute bemerkt alle schienen ziemlich überrascht besonders Lady Howard wenn ich so darüber nachdenke muss ich sagen es war eine wirklich eindrucksvolle Darbietung ich kümmere mich darum kann ich mitkommen es könnte nützlicher sein wenn du hier bleibst und alles im Auge behältst das macht dir doch nichts aus oder nein ich glaube das wäre klug braves Mädchen ich bin bald wieder da sei vorsichtig okay Lady Howard Lady Howard war das war hier das Zimmer oder mal gucken ob wir da ein bisschen hören können vielleicht Nespa nein ich kann nichts dafür du verstehst nicht wie sensibel ich bin niemand versteht das versuch einfach es zu vergessen bin ich vielleicht ein Stein der nichts fühlt oder ein Regisseur nein ich bin Künstlerin ich habe mich jahrelang darauf trainiert mich in Dinge und Personen einzufühlen Estelle das ist eine ganz besondere Gabe glaube mir ich verstehe nein du verstehst nichts dieser Schmerz ich fühle ihn oh der Anblick ihrer Kehlen Estelle ihre Kehlen du musst dich beruhigen warum nimmst du nicht ein heißes Bad nein ich muss mich hinlegen vielleicht sollte ich einen Moment die Augen schließen na gut bleib einen Moment still liegen hm okay das klingt aber doch sehr realistisch Madeleine könnte auch interessant werden sie redet mit jemandem wahrscheinlich über ihr Handy aber sie spricht ziemlich leise ich kann nichts verstehen ähm und ich spreche kein Französisch deswegen kann ich hier auch dann keine Übersetzung liefern Wilkes hast du was zu sagen hey Wilkes Neid Sie haben die Tour heute Morgen versäumt stimmt's voll verpennt ach ja na egal Sie werden nicht glauben was passiert ist wir wollten uns diesen Teufelsstuhl ansehen und dann kommen wir gerade den Hügel rauf und bumm hab ich gehört shit Sie hätten es sehen sollen Mann was Schlimmeres hab ich echt noch nie gesehen und das will was heißen jede Wette die saßen einfach nur da mit ihren durchgeschnittenen Kehlen als würde uns ihr Hals fett angrenzen es war grässlich Kehlen durchgeschnitten? genau sagen Sie mal warum setzen Sie sich nicht zu mir und trinken einen mit mir? nein danke aber ich weiß die Information zu schätzen klar keine Ursache also der ist so plump er würde mir ein Ohr abkauen wenn ich ihn ließe aber ich hab Wichtigeres zu tun der ist so plump dass der auf jeden Fall nach wie vor nichts damit zu tun hat schauen wir mal ob hier gerade jemand da telefoniert tatsächlich einer Momentchen ähm das hier muss jetzt einfach mal zum Einsatz kommen ja und es klappt auch vorrei parlare con il ministero degli affari esteri padre Grena sono padre Bucchelli come sta? molto bene si sono ancora qui si sono verificati degli allenamenti straordinari ci sono stati degli omicidi due uomini li ho visti proprio io questa mattina non ne ho la più palida idea ma penso che sia importante non sembravano gente del posto non saprei di razza bianca probabilmente degli europei avevano la gola tagliata non c'era una traccia di sangue non credo proprio ma cercaro di ottenere ulteriore informazioni questa è per ora la prima indicazione di attività e che sia anche con le also ich weiß nicht wie euer italienisch ist ich verstehe kein Wort falls ihr es versteht habe ich euch jetzt reingequatscht Entschuldigung aber wir haben es auf Band und wir haben in Sydney die Möglichkeit das übersetzen zu lassen was sagst du nur Smalltalk ist hier noch jemand drin Monsieur Knight haben sie die überaus schreckliche Nachrichten schon gehört sie sagen sie sagen am Teufelsstuhl hat man zwei Leichen gefunden oh mich schaudert bei dem Gedanken ganz schöner Mist was oh Monsieur wie nett sie das doch ausdrücken ich bin ja so erleichtert dass ich mir das nicht ansehen musste und was für ein Glück für Sie Monsieur dass Sie heute Morgen im Hotel geblieben sind ich bin nicht gerade berühmt für meine Pünktlichkeit ist das alles was Sie gehört haben wer könnte schon über solche Dinge sprechen die Gäste glaube ich sind alle sehr traumatisiert vielleicht nicht alle vielleicht nicht alle richtig ich wollte in den Speisesaal ist da jemand niemand da dann würde ich sagen gehen wir zurück in unser Zimmer blub 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 äh Kamera also ich wollte gerade sagen so sehe ich nichts ich dachte du wolltest ausgehen tu ich auch in einer Minute ähm könntest du mich kurz da dran lassen dafür habe ich jetzt keine Zeit ich habe andere Eisen im Feuer nee ich hätte das gern übersetzt gehabt echt gern ähm okay das muss ich auch noch einscannen Leute Leute ich hinke mit der Büroarbeit hinterher das ist nicht schön okay oh jetzt sitzt er hier er ist quasi aus der Telefonzelle nach hier gegangen und jetzt kann ich hier wahrscheinlich etwas mehr reden ich glaube nicht dass ich viel aus den beiden rausbekomme oder nicht bei dem Zeug das sie da in sich reinschütten oder auch nicht was ist das Absinth oder sowas ne kriege ich nicht da scharf gestellt ne Scotch es ist Scotch na gut wir sind in Frankreich und ihr trinkt Scotch hm lass ich mal so stehen ähm was noch interessant sein könnte wäre die alte Fernglasleier vom Turm vielleicht sehen wir im Tal was wär ja im Bereich des möglichen und ansonsten würde ich mich mal auf den Feuerstuhl schwingen und zum Tatort fahren was was ja auch interessant sein könnte wollte ich sagen und dann steht hier der AB Zeit für ein Gespräch würde ich sagen guten Tag tote Männer guten Tag wie war die Führung Sie haben doch sicher schon davon gehört Mr. Knight was gehört meine Güte Mann wir haben zwei Männer gefunden will sagen die gesamte Reisegruppe stolperte über nun zwei Männer wurden brutal ermordet Sie sind nicht überrascht sollte ich ich weiß nicht was Sie meinen haben Sie die beiden Männer schon mal getroffen nein niemals und Sie haben keine Ahnung wer Sie wissen schon Sie spielen mit mir Sie haben es gehört ich mag Ihre Spielchen nicht Mr. Knight ich selbst halte auch nicht viel von Spielchen dann lassen Sie uns diese Diskussion beenden ja es war auch so ein äußerst anstrengender Tag ähm ja ich weiß dass er lügt aber vielleicht sollte ich ihn eine Weile schmoren lassen ich wollte gerade sagen hast du noch nie gesehen die zwei deswegen waren die auch am Vorabend bei dir Lügner gut ähm was wollten wir machen wir wollten mit dem Fernglas schauen auch wenn ich ehrlich gesagt bezweifle weil hier konnte man ja gar nicht so viel hier konnte man ja glaube ich nur zum Chateau schauen das war doch nein war es nicht hier doch beim Chateau ist natürlich gerade überhaupt niemand warum auch warum auch ähm die sind ja alle im Hotel oder beim sogenannten Teufelsstuhl äh so dann würde ich sagen äh äh ich wollte doch ich wollte doch meine Harley schnappen ich gehe die Harley holen okay jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht wo der Teufelsstuhl ist hier sind ein paar Symbole dazugekommen Chateau de Serre Poussons Grab Poussons Grab okay Larrys Haus der Teufelsstuhl Tipp ich muss zu Mary Chester's Haus und zum Teufelsstuhl okay okay also als erstes fahren wir mal zum Teufelsstuhl würde ich sagen schwummelde wupp geht wahrscheinlich da lang hier waren wir noch gar nicht nee da geht's lang wo geht's denn da lang okay das verwirrt mich jetzt na gut erstmal zum Teufelsstuhl würde ich sagen Mann verdammt düster Himmel hast du das etwa absichtlich gemacht überhaupt nicht was zur Hölle soll das dann ich schätze mal das sind die Männer von Prinz James korrekt ja einmal und wieso grinsen die uns jetzt mit ihren Kehlköpfen an na du bist doch der Polizist äh A B A No keine Ahnung die Entführer Vampire hm also ich glaube dass die Entführer natürlich was damit zu tun haben vielleicht sind die Entführer auch Vampire sie waren vorher beim A B aber das war der nicht da lege ich mich fest also sagen wir mal die Entführer es mussten die Entführer sein meinst du nicht wenn das stimmt dann sind sie eine ganze Ecke brutaler als wir dachten und bekloppter das war ja kein normaler Mord ich meine schau dir die Leichen doch mal an ok das ist ein Freifahrt scheinen sie zu untersuchen hier liegt die Brille die man nicht anklicken kann na super ok Humor ist jetzt echt nicht treffend ok ihr ganzes Blut wurde abgelassen ja ein sauberer Schnitt und tief die haben genau gewusst was sie tun offensichtlich ich sehe kein Blut äh komisch was die Kehlen sind aufgerissen wie Geschenkpapier aber nirgendwo ein Tropfen Blut ja und das ist das was keinen Sinn macht was ist das da eigentlich da sind Kratzer auf dem Felsen aber die sind alt haben wahrscheinlich nichts mit dem Mord zu tun ok das beruhigt mich natürlich vollkommen ähm ist das bei ihm hier gleich offensichtlich eh die sehen wie Schlachtvieh aus ihr ganzes Blut wurde abgelassen tja das heißt das ist nicht der Tatort oder das ist Teufelsstuhl das können wir vielleicht auch mal kurz lesen ach Gabriel komm doch her gewackelt lass dir Zeit noch eins von diesen Touristenschildern jetzt können sie auch noch hier wurden Leichen gefunden draufschreiben ja genau lese es mal ich lese kann aber nicht erkennen ob es tatsächlich etwas heißt hä nichts daran verrät mir warum die Täter diese Stelle ausgesucht haben um die Leichen verschwinden zu lassen ein alter heidnischer Thron oder ein geologisches Phänomen der Feuilleton du Diable ist eines der beliebtesten Elemente der Schatz Sucher Geschichten von Rennes Le Chateau ja und es ist eigentlich offensichtlich dass die Leichen hier nur abgelegt worden sind so wir wissen ja man sollte sich hier mehr umschauen vielleicht gibt es hier dann doch noch was anderes zu sehen es ist ja wieder weitläufig ohne Ende hier oh und die Kamera dieses störrige Biest von ich hab was gesehen ich hab was gesehen shit Maus komm her was ist denn ist es das wofür ich es halte ich glaube es ist das wofür du es hältst sieht so aus ketchup nein natürlich Blut wonach riecht das nicht nach viel erdig tot wie auch immer wie Wein riecht es jedenfalls nicht schmicken auf keinen Fall ich wollte gerade sagen wenn man bedenkt wie krümelig der Boden aussieht würde ich sagen dass eine Menge Blut aufgesogen wurde du nicht auch ja vielleicht sogar alles was erklärt warum kein Blut in der Nähe der Leichen war ja aber oh Mann und ich dachte immer Voodoo Morde wären gruselig was ist das hier wohl fein säuberliche kleine Häufchen wie eine Mischung aus Felix Unger und Freddy Krüger sie haben das Blut offensichtlich mit Absicht hier heraus sickern lassen die Frage ist warum zumindest schließt das Vampire aus nicht unbedingt vielleicht sind sie nur wählerische Esser kann man um ihr denken dieses M.O. mit dem Blut ist zu unheimlich es muss einen Sinn haben M.O. Sind das Buchstaben M.O. Nein wo siehst du denn da M.O. dieses M.O. mit dem Blut ist zu unheimlich es muss einen Sinn haben also ist es nicht klebrig und rot was ist das hier da hier sind zwei leicht rund liche vertiefungen Fußspuren glaube ich nicht falsche form was sonst Knie die mussten sich hinknien Knieabdrücke natürlich die Täter haben sie gezwungen sich hin zu knien und dann aber es gibt überhaupt keine anderen Abdrücke es sollte doch zumindest Anzeichen für einen Kampf geben oder wenigstens die Fußspuren der Angreifer die Opfer haben sich doch nicht einfach hingekniet und waren kooperativ Na Neid was ist mit den Angreifern was ist mit den Angreifern das ist genau das Problem jetzt kann man sich das nur nochmal angucken oder kommt jetzt ah es kommt mehr okay boah shit was man was nichts muss ich mir eingebildet haben man du bist ja noch bekloppter als damals in New Orleans weißt du das eigentlich ja das weiß ich ja das weiß ich schwebende Angreifer ich bin nicht sicher was ich gesehen habe aber ich will es bestimmt nicht nochmal sehen ja das kann ich verstehen ja schwebende Angreifer was wieder Richtung Vampire gehen würde zumindest wenn man sie so nach Volksglauben wie Dracula nimmt der fliegen kann und klettern kann und so ich denke jetzt ist es Zeit für eine kurze Aufnahmepause denn jetzt ist doch recht viel passiert und wir müssen uns alle erstmal beruhigen und dann machen wir genau an der Stelle weiter werden nochmal mit Mosley reden und schauen ob wir in der näheren Umgebung noch weitere Indizien finden ich hoffe ihr bleibt an Ball bis dann